Bei den Herren aus der Niederlande, Jess Brandt, 59, 59, seine Bestleistung aus Norwegen, Jovind Järpeset. Arte Holland, Jato für Frankreich, Krika für Tschechien, Sattinich für die Schweiz, Pekos für Leon, Italien, Hussling für die Schweiz, Järpeset für Norwegen, und der Schnellste in diesem Feld, Gondorf, Aussen für Deutschland. Und gut gestartet, Hussein Anfang 6. Gondorf und Hussein sind's im Front, dass Hussein dieses Tempo durch hat. Gondorf und an die Wettseite von 940-56. Der Schweizer ist hier alle. atem Gondorf und der Spezial. Hussein ist immer noch dabei. Jetzt muss er zurückziehen. Kann man aussehen. Jetzt wird das Tor, der Trainer kommt. Da mit Gondorf 5014. Und Hussein wird 4. Gondorf also mit 5013. Da mit Gondorf 5015. Fünfzige Worte.